In einer Woche hebt er wieder ab, Tom Cruise in Top Gun Maverick. Ich habe mir gesagt, was der 60-Jährige kann. Das kann ich auch. Und bin nach Sion gereist, wo die Zürcher Firma Migflug tatsächlich Flüge mit Dusenjet anbietet. Jetzt muss ich nur noch meinen Pilot finden. Bei mir ist jetzt der Pilot Leo Schneider, oder muss ich Captain sagen? Nein, Leo ist gut. Nur Leo? Okay. Leo, kennst du den Film Top Gun aus dem Jahr 1989? Ja, klar. Gut. Und ich zeige dir jetzt sehr gerne mal ein paar Clips aus dem neuen Top Gun. Okay, den habe ich da mitgenommen. In Teil 2 erwartet das Publikum solche spektakuläre Flugszene, die Tom Cruise tatsächlich in der San Diego Bay-Ära oder auf einem Testgelände der US Navy in der Mojave-Wüste selber geredet hat. Kannst du das Gleiche auch mit deiner Maschine? Ja, nicht wirklich. Das ist eine leichte Maschine. Aber das geht schon. Genug für dich. Wahrscheinlich. Gut. Dann dürfte ich bei dir mitfliegen. Ja klar. Gehen wir jetzt? Ja. Let's go. Okay, let's go. Eine Frage hätte ich noch. Werden auch Snacks gereicht an Bord? Ja klar. Wir haben Flight Attendants, alles. Ja klar. Nein, im Ernst. Ist nicht. Gar nichts. Weil ich hätte sonst mitgenommen, etwas Kleines zum Trinken und ein bisschen Nüsse. Nach dem Flug brauchst du das. Okay? Gut. Gar nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020